das sonora sq1 ist die günstigste möglichkeit ein made in germany set von sonora zu bekommen günstig ist nicht gleich billig denn das shell set so wie wir es hier zum testen haben mit 22 mal 17,5 bass drum 12 x 8 tom 16 x 15 stand haben kostet ungefähr zweieinhalb tausend euro das ist jetzt kein schnäppchen aber im vergleich zu sq2 pro light und vintage serie doch immer noch ein bisschen günstiger im gegensatz zur fast namensgleichen sq2 serie müsst ihr euch bei der auswahl der kesselgrößen und farben bei der sq1 serie ein bisschen einschränken das macht aber nichts denn für die meisten von uns dürfte das ausreichen das angebot es gibt bass trams von 18 bis 24 toms von 8 bis 13 und standtoms 14 16 und 18 außerdem gibt es eine snare im angebot eine 14 mal sechseinhalb die kessel sind alle aus birke die bass drum hier hat zehn lagen und bringt es auf zehn millimeter wandstärke toms und snare haben sieben lagen und sind sieben millimeter dick die finishes die ihr bekommen könnt es gibt genau vier das ist jetzt keine riesenauswahl es gibt das cruiser blue außerdem gibt es roadster green hot rod red das kann ich eigentlich kaum aussprechen und für alle die es ein bisschen weniger poppig oder pastellig mögen gibt es noch gt oder gt black ganz klassisch die verarbeitung der kessel selber gehört zum besten was ich je bei einem drum set gesehen habe sonor verleimt die einzelnen lagen in den kesseln stoß an stoß also die überlappen nicht wie das manche andere firma macht das heißt man muss die sehr genau zuschneiden und es ist tatsächlich ich habe in allen drei kessel nachgeschaut in bei der inneren lage dieser dieser stoß wurde wo die lage aneinander stößt der ist nicht zu sehen man sieht er nicht das ist so perfekt verarbeitet und hinterher verschliffen man sieht er nicht man man spürt auch nichts wenn man den kessel entlang fährt also das ist wirklich verarbeitung auf allerhöchstem niveau also hut ab man merkt sonor baut drums schon sehr sehr lange das können die die hardware entspricht weitgehend soweit ich weiß der pro light serie oder auch sq2 ich glaube die die bass drum clause sind die aus der pro light serie die die böckchen die spannreifen das sind dreifach gepflanzte stahlreifen sehr massiv sehr stabil die verchromen und das ist alles top die stimmen schrauben laufen wunderbar in den gewinden außerdem ist in noch eine gewinde sicherung die das verstimmen verhindert also das ist alles prima es gibt ein alleinstellungsmerkmal dass die sq2 toms haben nämlich die tom halterung die nennt so nur sound sustainer und das ist im prinzip eine kräftige gummi hart gummi manschette die dass das böckchen vom beziehungsweise metall vom kessel isoliert das funktioniert wunderbar es ist keine keine absurde große konstruktion die toms klingen gut wunderbar ich finde es auch optisch ganz gelungen die fälle mit denen das set ausgeliefert wird sind von remo remo usa also qualitativ hochwertige fälle das sind im prinzip weiße ambassador auf den toms oben klare ambassador unten auf der base drum ist ein power stroke 3 klar und auf als frontfell ein feiler skin soweit zur ausstattung wie das set klingt könnt ihr euch in den soundbeispielen anhören ich habe zwei verschiedene gemacht einmal mit den fällen so wie sie drauf waren dazu habe ich die base drum nur von außen mit einer kleinen decke die ich so drangelehnt habe ein bisschen gedämpft ansonsten nicht und dann habe ich noch ein zweites sound beispiel gemacht mit doppel lagigen fällen drauf da hatte ich evans g2 auf den toms und habe auch auf die base drum vorne fälle gemacht mit einem loch und habe eine decke reingelegt damit kommen wir zu den pros und kontras pros gibt es eigentlich ziemlich viele die verarbeitung die optik der sound und auch der preis also ich denke zweieinhalb tausend euro für so ein shell set das natürlich ist das viel geld aber hey für ein gutes instrument muss man halt auch mal ein bisschen kohle auf den tisch legen und es ist auf jeden fall gut angelegt wenn ihr euch so ein set kauft da habt ihr jahrzehntelang spaß dran das ist einfach toll gemacht und ist sein geld wert kontras gibt es nur zwei die vielleicht auch eher meinen persönlichen vorlieben geschuldet sind erstens ist mir die base drum zu dick ich weiß nicht warum der kessel zehn millimeter stark sein muss wenn ich richtig informiert bin ist es der dickste kessel den es momentan im sonorprogramm gibt ich glaube sogar in der sq2 serie wenn ihr euch für für die heavy kessel also die dickste variante entscheidet ich glaube noch nicht mal da sind die base drum 10 millimeter dick also das ist schon ein ganz schönes fass was sich auch im gewicht bemerkbar macht natürlich also wenn ihr wenn ihr viel spielt ständig unterwegs seid euer zeug selber schleppt und auf und abbaut dann hebt das set vielleicht mal hoch beim antesten könnte sein dass es für den einen oder anderen ein ausschlusskriterium ist das sind jetzt keine leichten drums also vor allem die bass drum nicht und ich glaube da hätten setzt sieben lagen oder so und auch sieben millimeter wandstärke oder so hätten es auch getan so noch baut ja sonst auch dünnere bass drums und die fallen ja auch nicht in sich zusammen also mit der stabilität kann es nichts zu tun haben aber wer weiß vielleicht hat man bei sonor getestet und getestet und getestet und so klang es am besten vielleicht die andere sache die ich zu kritisieren hätte wäre die die auswahl der der fälle mit denen das set geliefert wird das ist jetzt keine große sache mein gott aber ich finde man könnte das set gleich mit doppellagigen fällen ausliefern weil die einfach viel besser zum 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 charakter passen ich meine was ist das fette bass drum 12 hengen tom 16 stanton das ist eine rock kiste mehr oder weniger also wer sich so ein set kauft der will dass es dass es fett klingt und also falls es jemand sieht von sonor ihr könnt euch ja mal überlegen ob man da nicht von vornherein irgendwie doppellagige fälle drauf macht klare emperor würden meine für mein gefühl nach besser dazu passen das war es aber auch schon mit gemotze und ist es auch also wirklich zu kritisieren habe ich da nichts das set ist top und deswegen gibt es auch drei dicke sterne